Mein Name ist Benjamin Lüssi. Ich bin in der Firma ProKlima Schweiz für alle technischen Anlegenheiten zuständig. ProKlima macht Produkte für luft- und windwichtige Gebäudehüllen, ein Komplettsortiment und wir versuchen dem Handwerker wirklich handwerkergerechte Lösungen anzubieten. Das heisst, wir haben Klebbänder, wir haben Folien für Innen- und Aussenbereiche. Unser Highlight ist eigentlich die sprühbare Dampfbremse, die heisst Erosana Viscon. Das ist ein revolutionäres Produkt, das ist nicht mehr eine eigentliche Folie, die man mit Hackerklammern montiert, sondern man tut das mit dem Airless-Gerät, mit einem Pinsel oder einem Roller auftragen und hat so eine massgeschneiderte Abdichtungslösung. Und das ist jetzt etwas, was sehr gut ankommt, man kann sehr viel Zeit sparen und es ist eine ganz neue Qualität der Abdichtung, die möglich ist. Wir haben eine selbstklebende Folie entwickelt, ursprünglich kommt sie aus einem amerikanischen Markt und ist für Winddichtheit eingesetzt worden. Wir haben herausgefunden, dass es ein grosses Bedürfnis gibt, gerade bei Deckenelementen, die der Witterung ausgesetzt sind während der Montage, dass diese ein wenig geschützt werden, dass es dort keine Wasserflecken drauf gibt. Und da eignet sich das Produkt Solitex oder Hira sehr gut. Man kann das komplett aufkleben und das tut während der Baufase das Bauwerk zuverlässig schützen. Es kann immer etwas passieren, wenn mal irgendetwas schief läuft. In der Schweiz gibt es ja die fünfjährige Garantie, die man nach Werksvertrag geben muss. Wir wollten am Handwerk noch etwas mehr bieten. Wir haben deshalb eine zweijährige Garantie und deshalb ist der Handwerker immer auf der sicheren Seite, falls etwas sein soll. Und unsere Gewährleistung ist so ziemlich einzigartig. Mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder November, 2017 2 2 3 3